Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Überschattet von schlechten Umfragewerten und internen Querelen hat Die Linke in Berlin ihren digitalen Parteitag begonnen. Bis morgen beraten die Delegierten über das Programm für die Bundestagswahl im September. In ihrer Eröffnungsrede rief Parteichefin Hennig Welsow zu Geschlossenheit und Optimismus auf. Es gehe darum, Politik mit dem Herzen zu machen. Und ohne Die Linke würden Millionen Menschen weiter in Armut leben müssen. Bei sengender Hitze geht es beim Wahlparteitag der Linken auch darum, die Gemüter abzukühlen. Kein innerparteilicher Streit mehr, sondern Einigkeit. Es bringt niemanden 150 Euro mehr Hartz IV, wenn wir uns streiten. Niemand bekommt einen Vorschuss als Öko-Pauschale oder was uns auch immer noch einfällt, als soziale Erleichterung für den Klimawandel, wenn wir uns streiten. Wenn wir uns auseinander dividieren, wenn wir glauben, nicht mehr in die gleiche Partei zu gehören. Das Wahlprogramm wird hauptsächlich digital beraten. Nur wenige Delegierte sind vor Ort. Die Linke will eine Mindestrente von 1.200 Euro und einen bundesweiten Mietendeckel. Der Mindestlohn soll auf 13 Euro steigen. Und zur Finanzierung will man eine Vermögensteuer einführen. Soziale Sicherheit ist das zentrale Thema. Wir können doch nicht akzeptieren, dass auf der einen Seite einige Menschen, die Milliardäre und Multimillionäre, immer reicher werden und auf der anderen Seite die Zahl der Kinder in Armut wächst und alte Menschen Flaschen sammeln müssen. Das ist nicht zu akzeptieren. Die Linkspartei will die Union aus der Regierung vertreiben und in einer grün-rot-roten Koalition mitregieren, bleibt aber bei ihrer Position in der Verteidigungspolitik. Wir wollen alle Bundeswehreinsätze, die es jetzt gibt, beenden. Und wir wollen die Bundeswehr nicht in Auslandseinsätze schicken. Und wenn man sich jetzt anschaut, die Truppen aus Afghanistan werden jetzt dieses Jahr nach 20 Jahren Einsatz abgezogen. Wenn man sich diesen Bundeswehreinsatz alleine mal anschaut, dann stellt sich für mich schon die Frage, warum ausgerechnet die Partei, die genau davor gewarnt hat, vor dem Fiasko, das wir dort erlebt haben, warum die jetzt ihre Position ändern sollte. Morgen wollen die Delegierten das Wahlprogramm verabschieden. Am Montag soll dann der Wahlkampf starten. Und da gibt es viel zu tun. Denn zurzeit liegt die Linke in Umfragen deutlich unter ihrem selbstgesteckten Ziel von 10%. Zum Auftakt des Bundesparteitags der Linkspartei. Jetzt Matthias Deiß live aus Berlin. Die Angst, im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten zu sein, die war heute deutlich spürbar. Genau wie der Ärger darüber, dass die Partei 100 Tage vor der Wahl mit sich selbst statt mit dem politischen Gegner kämpft. Die Gräben sind tief. Das Außenbild war zuletzt fatal. Und den beiden neuen Vorsitzenden fehlt bisher eine erkennbare Strategie, wie sich der Wählerschwund im Osten stoppen lässt. Eine von ihnen, Susanne Hennig-Welsow, wirkt nach nur 4 Monaten im Amt bereits angeschlagen. Den Umschwung schaffen sollen nun die beiden Spitzenkandidaten Janine Wissler und Dietmar Bartsch. Weniger Streit sowie ein Wahlprogramm, das die Sozialpolitik in den Mittelpunkt stellt. Mehr Belastungen für Besserverdienende, mehr Geld für ärmere Menschen und Klimapolitik mit sozialem Ausgleich. Nach den Corona-Lockerungen will die frühere Kümmerer-Partei diese Botschaft wieder persönlich überbringen und setzt auf einen Haustür-Wahlkampf. Über mögliche Koalitionen reden will man dann erst nach der Wahl. Und damit zurück zu Konstantin Schreiber. Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass die Corona-Maßnahmen in Schulen noch längere Zeit aufrechterhalten werden müssen. Auch nach den Sommerferien würden voraussichtlich Maßnahmen wie Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht notwendig sein, sagte Spahn bei einer Online-Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing. Die Schulen könnten sonst zu Drehscheiben werden, die das Virus in die Haushalte hineinbrächten. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist erstmals seit September wieder einstellig. Der Wert sank laut Robert-Koch-Institut auf 9,3. Am niedrigsten liegen die Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern, am höchsten in Baden-Württemberg und im Saarland. Auch die Zahl der Neuinfektionen geht weiter zurück. Dem RKI wurden binnen eines Tages 1.108 Fälle gemeldet, rund 800 weniger als vor einer Woche. Mit drastischen Mitteln kämpft Portugal gegen die Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus. Seit gestern Nachmittag ist der Großraum Lissabon abgeriegelt. V.a. dort waren die Infektionszahlen zuletzt stark gestiegen. Bis Montagmorgen darf niemand ohne triftigen Grund die Region verlassen. Auswärtige dürfen nur in Ausnahmefällen einreisen. Wenige Menschen schauen heute Abend gemeinsam Fußball in Lissabon. Viele sind zu Hause. Die Delta-Variante breitet sich in der Hauptstadtregion aus. Public Viewings abgesagt. Wir müssen so vorsichtig sein wie möglich und deshalb auch so wenig rausgehen wie möglich. Menschen, die im Großraum Lissabon leben, dürfen die Region bis Montagfrüh nicht verlassen. In ganz Portugal hat es gestern 1.259 Corona-Neuinfektionen gegeben. Rund 70% davon betreffen den Großraum Lissabon mit 862 Neuinfektionen. 5 Monate war das Land in einem harten Lockdown. Die Bundeswehr half im Winter, Kranke zu behandeln. Im Mai schien Corona in Portugal überwunden. Nun neuerliche Infektionsherde. Ich denke mal, der Hauptfaktor ist, in dem Moment, wo die Variante da ist, ist doch der Hauptfaktor Geschichten wie Hochzeiten und Taufen, die halt über Monate nicht gelaufen sind. Und jetzt wird halt wieder getauft, jetzt wird wieder geheiratet und dann sind dann Festigkeiten mit 200 Leuten. Und wir haben eben keine Testpolitik wie in der Bundesrepublik. Lissabon zeige, die Pandemie ist nicht vorbei. Mediziner sagen aber auch, Strandurlaube seien nicht das Problem, sondern feiern in geschlossenen Räumen. Der erzkonservative Kleriker Ebrahim Raisi hat die Wahl im Iran mit großer Mehrheit gewonnen. Er wird damit Nachfolger von Präsident Rouhani, der nach zwei Amtsperioden nicht wieder antreten durfte. Raisi ist amtierender Chef der Justiz. Er gilt als Schützling des obersten Führers Khamenei. Aus der Opposition hatte es vor der Wahl Boykott-Aufrufe gegeben, da viele Kandidaten nicht zugelassen wurden. Wegen Menschenrechtsverletzungen steht Raisi auf Sanktionslisten der EU und der USA. Sie bejubeln den neu gewählten Präsidenten der Islamischen Republik. Am frühen Abend treffen sich Anhänger von Wahlsieger Ebrahim Raisi in Teheran zu einer Siegesfeier. Ich erwarte, dass man uns Menschen endlich unterstützt, damit es uns zukünftig nicht noch schlechter geht. Die Menschen hier haben so viele Probleme. Für junge Leute ist es schwer, überhaupt durchzukommen. Der ultrakonservative Justizchef Raisi war als Favorit angetreten und holte rund 62 Prozent der Stimmen. Die Wahl war in der Bevölkerung hoch umstritten. Der sogenannte Wächterrat hatte überwiegend streng konservative Kandidaten zugelassen. Nur 48 Prozent nahmen laut Innenministerium an der Wahl teil, so wenig wie nie. Auch Irans amtierender Präsident Rouhani hatte die einseitige Kandidatenauswahl im Vorfeld kritisiert. Heute gratulierte er seinem Nachfolger. Raisi fasste sich kurz. Ich danke dem Allmächtigen Gott und den Menschen für ihr Vertrauen in mich. Ich hoffe, dass ich in meiner Amtszeit die Erwartungen der Menschen erfüllen kann. Deren Kernforderung an die Politik ist eine Verbesserung der schlechten Wirtschaftslage. Der Frust darüber ist gewaltig. Dafür bräuchte die neue Regierung gute Beziehungen zum Westen. Ich denke, das Erste, was Herr Raisi tun muss, ist die Aufhebung von Sanktionen zu diskutieren und zu verhandeln, damit er die Wirtschaft und die Lebensbedingungen auch wirklich verbessern kann. Die Aufhebung der Sanktionen geht nur über das Atomabkommen. Die Verhandlungen darüber laufen derzeit in Wien. Einfacher dürfte es unter einem neuen Präsidenten nicht werden. Raisi steht selbst wegen Menschenrechtsverletzungen auf der Sanktionsliste der USA. In zahlreichen Städten in Deutschland haben sich heute Menschen für bezahlbaren Wohnraum eingesetzt. Zu dem Aktionstag hatte ein breites Bündnis aus Initiativen, Organisationen und Gewerkschaften im Rahmen der Kampagne Mietenstopp aufgerufen. Der Deutsche Mieterbund betonte die Bedeutung des Themas für die gesamte Gesellschaft. Wenn die Mietpreisspirale nicht gestoppt werde, sei das soziale Gefüge in Deutschland in Gefahr. 34 Quadratmeter. So groß ist Julias ein Zimmerwohnung im Münchner Westend. Dafür zahlt sie 990 Euro Miete warm. Also 30 Euro pro Quadratmeter ist extrem viel. Und ich finde das nicht richtig. Andererseits, wenn man sich umschaut, wenn man sich den Wohnungsmarkt anschaut, es ist überall die gleiche Situation. Für sie macht die Miete damit mehr als 30 Prozent ihres Einkommens aus. So geht es vielen Mietern in deutschen Großstädten. Auch dagegen demonstriert Julia heute beim bundesweiten Aktionstag Mietenstopp. Die Veranstalter wollen die Aufwärtsspirale bei den Mietpreisen durch mehrere Maßnahmen stoppen. Wir fordern, dass die Mieten sechs Jahre eingefroren werden. Wir fordern eine Wohnungsgemeinnützigkeit. Und wir fordern eine Erleichterung für faire Vermieter. Und was natürlich auch ist, weil das wirft man uns auch immer vor, bauen, 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 und zwar im bezahlbaren Bereich. Vermieter lehnen die Forderungen ab. Durch sie würde weniger gebaut. Ein Mietenstopp ist kontraproduktiv und wird zu einer weiteren Verknappung des Wohnraumangebots führen. Mieterproteste gab es in insgesamt 80 Städten, so wie hier in Bochum. In München ist Julia zusammen mit hunderten anderen quer durch die Stadt geradelt, um gegen steigende Mieten zu demonstrieren. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft ihren ersten Sieg eingefahren und damit ihre Chance aufs Achtelfinale gewahrt. Gegen Portugal zeigte das Team von Bundestrainer Löw in München eine kämpferische Leistung und gewann mit 4 zu 2. So sieht ein erleichterter Bundestrainer aus. Nach dem Fehlstart gegen Frankreich hat sich die deutsche Mannschaft zurückgemeldet. Bei über 30 Grad in München gehen die Portugiesen etwas überraschend in Führung. Cristiano Ronaldo erzielt sein erstes Tor gegen Deutschland überhaupt 15. Minute. Die DFB-Auswahl bis dahin besser. Imponierend, wie sich das deutsche Team in der Folge nicht aus dem Rhythmus bringen lässt. Der Ausgleich hoch verdient. Havertz freut sich nach einer guten halben Stunde. Es ist allerdings ein Eigentor von Diash. 4 Minuten später dreht der Weltmeister von 2014 dann die Begegnung. Erneut jedoch unterstützt vom amtierenden Europameister. Kimmichs Hereingabe wuchtet Guerrero ins eigene Netz. Zur Pause haben die Portugiesen alle Tore erzielt. Deutschland führt 2 zu 1. Kurz nach dem Seitenwechsel entscheidet die deutsche Mannschaft die Partie quasi vorzeitig. Der starke Havertz 3 zu 1. Portugal hat in dieser Phase wenig entgegenzusetzen, ist in vielen Belangen unterlegen. Bezeichnend, dass der überragende Gosens sein erstes Länderspiel erzielen kann. Sein 4 zu 1 ist aber immer noch nicht der Endstand in diesem Klasse-Spiel. Cristiano Ronaldo und Jota zeigen die heutigen Schwächen der deutschen Defensive auf 4 zu 2. Spannend wird es aber nicht mehr, obwohl am Ende auch noch ein wenig Glück dabei ist, als Sanchez nur den Pfosten trifft. Am überzeugenden Sieg ändert das aber nichts. Das Achtelfinale ist damit in greifbarer Nähe gerückt. Zur Ausgangslage der deutschen Nationalmannschaft nach dem Spiel gegen Portugal. Nun Dominik Fischer live aus München. Die deutsche Mannschaft, die ist in diesem Turnier angekommen und das auf beeindruckende Art und Weise. Denn da sich vielleicht so einfach anhört, 4 zu 2 gegen Portugal, das war nicht so leicht. Das 0 zu 1 von Cristiano Ronaldo, das musste das Team von Joachim Löw erstmal wegstecken. Hat es dann wirklich klasse gemacht und es ist auch ein Sieg für den Bundestrainer. Denn der hat die viel kritisierte Aufstellung gegen Frankreich gleich nochmal auf den Platz gebracht. Die gleiche Elf hier gegen Portugal. Und somit verlassen die Fans hier euphorisch die Arena hinter mir. Und eins ist klar, wenn Deutschland am nächsten Mittwoch hier an gleicher Städte gegen Ungarn gewinnen sollte, dann ist das Achtelfinale auf alle Fälle erreicht, vielleicht sogar als Gruppensieger. Damit zurück aus München zu Konstantin Schreiber nach Hamburg. Im zweiten Spiel der Gruppe F hat Frankreich am Nachmittag den vorzeitigen Sprung ins Achtelfinale verpasst. In Budapest gelang dem Team von Trainer Deschamps gegen Ungarn nur ein 1 zu 1. Die Ungarn erkämpften sich damit nach ihrer Auftakt-Niederlage gegen Portugal den ersten Punkt in der Vorrunde. Und hier die Lottozahlen. 11, 19, 21, 29, 35, 36, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 20. Juni. Das Tief bei der Biskaya sorgt dafür, dass das Wetter unbeständiger wird. In der Nacht breiten sich Gewitter über den Westen, später den Nordwesten bis in die Mitte aus. Vorsicht wegen Starkregen mit Hagel und schweren Sturmböen. Am Tag Sonne, Wolken, zunächst im Nordwesten, teilweise unwetterartiger Gewitter. Am Nachmittag und Abend im Nordosten sowie vom Südwesten und Westen bis in die Mitte. In der Nacht 22 bis 12 Grad. Am Tag 22 Grad an der nordfriesischen Küste. 37 Grad in der Lausitz. Am Montag Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. Vor allem im Süden und Osten weiter Unwettergefahr. Ähnlich verläuft der Dienstag, dann in der Südhälfte Gewitter, die heftig sein können. Am Mittwoch mehr Wolken als Sonne, hier unter Schauer. Im Süden und Osten auch Gewitter. Die Unwettergefahr lässt nach. Am Mittwoch mehr Wolken als Sonne, Wolken, Schauer, 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 Schauer,